Mein Name ist Robert Stadenloberg. Ich spiele den Wirt und schaue jetzt noch so aus. Und wenn wir es gut hinkriegen, dann komme ich in ca. 5 Stunden da wieder raus und bin 75 Jahre alt. Viel Spaß! Genius People, die mich jetzt ganz alt gemacht haben. Ich bin 75 Jahre alt, wie man unschwer erkennen kann. Endlich hat der Bartwuchs eingesetzt und ich freue mich auf die zweite Hälfte meines Lebens. In ein ganzes Leben.